Küchen sind heute nicht mehr nur ein Raum, in dem wir nur kochen, in dem wir nur die Nahrungsmittel zugereiten. Küchen sind heute viel mehr gewandelt. Sie sind der Raum der Kommunikation geworden. Man trifft sich dort, man kocht dort, man hat seine Freunde und man hat schon wie immer immer die Party dort, denn die endet dann immer meistens in der Küche und ist das Schönste auch. Was wir hier tun und was wir hier zeigen, ist die ganz bewusste, die provokante Öffnung der Küche als Funktionsraum rüber in den Lebensraum. Wir zeigen hier zusammen mit Schweigert, dass der Küchenraum in den Essbereich, in den Wohnbereich übergeführt werden kann. Und um das alles zu erreichen, muss man mit Material spielen, muss man mit Farbe spielen, muss man mit Schrankvarianten spielen, muss die Möglichkeiten, die alles wir leisten können, um einen Raum speziell zu gestalten, nutzen. Und das findet hier auf Perfektion statt, ist wunderbar umgesetzt und zeigt eben Küchen auf diesem höchsten Niveau. Und dann noch ganz wichtig, nicht nur die Küchenplanung und die dazugehörigen guten Verkäufer und Berater sind von großer Bedeutung. Schweigert hat hier auch eines erreicht, sie haben ein sogenanntes Kitchen Lab 3 gemacht. Was ist das? In diesem Kitchen Lab kann ich als Kunde, als Endkunde, mir selber oder zusammen mit den Beratern die Vielfalt der Materialien, die Vielfalt der Farben, die Vielfalt der gesamten Zubehörteile, die in eine Küche hineingehören, zeigen. Ich kann mir die Collagen legen, ich kann mir Gedanken machen, mit welcher Material- und Farbcodierung ich mir den neuen großen Lebensraum Küchen gestalten möchte. Und das alles kann erstmal nur neutral stattfinden in diesem Kitchen Lab 3 und man kann dann natürlich mit diesen Grundideen über das gesamte Material- und Farbkonzept in den eigentlichen Küchenplanen gehen. Küchen, die so geplant und so öffentlich im Raum stehen, sind repräsentativ. Das ist Ihre Visitenkarte und wenn die stimmt, stimmt alles. Dann haben Sie es richtig gemacht, dann hat es Ihr Verkäufer richtig gemacht und dann waren Sie genau richtig bei Schweigert zu Hause und haben am Ende eine Küche von Recht.